Und ich begrüße heute Morgen zum Marktüberblick Andreas Wolf, den Chefredakteur vom DAX-Bugneton. Herr Wolf, der DAX hat die 8000-Punkte-Marke wieder geknackt, jetzt zum Handelsauftakt, wenn auch nur leicht. Wie geht es jetzt weiter? Bleibt er tatsächlich langfristig darüber oder kommt es jetzt wieder zurück, die Volatilität? Guten Morgen, Herr Groß. Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt sehr intensiv über diese Marke drüber gehen. Das deutet sich auch schon, wie Sie gesagt haben, in der Handelseröffnung an, weil wir haben gestern auch schon ein bisschen das Problem gehabt, über diesen Level 8000 Punkte, 8.050 Punkte rüber zu gehen. Und es zeigt sich meistens schon in der Eröffnung, dass, sag ich mal, ein Impuls, der gestartet worden ist, dann schon von der Größe her sich ausbaut. Wenn der in dem Umfang stattfindet, wie wir ihn jetzt gerade sehen, dann muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Wie ist denn jetzt die Situation heute und hier zu erklären? Ja, ganz einfach. Wir haben natürlich das alte Spielchen mit den Alcoa-Zahlen. Und nun, wenn man sich die Entwicklung im Vorfeld angeschaut hat, wo es zumindest in Deutschland, sag ich mal, der Verhalten Börsenentwicklung gegeben hat, die Amerikaner sind da ja bei Weitem mittlerweile nicht mehr so verhalten, dann war eigentlich klar, dass diese Alcoa-Zahlen erst mal auf eine positive Resonanz treffen, auch wenn sie jetzt nicht so extrem gut waren. Und die Erklärung ist dann ganz einfach, dass man in der Eröffnung natürlich ein paar positive Aspekte betrachten kann, die dann im Nachhinein natürlich wieder der Sorge weichen, ob das dann auch für die gesamte Bilanzsaison eben repräsentativ ist, was wir da sehen. Ja, sprechen wir mal über die Bilanzsaison. Sprechen wir jetzt zunächst über Alcoa. Die Zahlen von Alcoa auf den ersten Blick sehen sie ja relativ schwach aus. Tief rot im zweiten Quartal. Und jetzt sagt Klaus Kleinfeld, der Alcoa-Chef, ja, da sind ja viele Sonderposten dabei. Wir müssen den Laden ja irgendwie umbauen. Operativ sieht es wesentlich besser aus. Wie schätzen Sie die Zahlen ein? Ja, die Zahlen sind nicht so berauschend, das muss man ganz klar sagen. Aber sie übertreffen eben die doch, sag ich mal, verhaltenen Erwartungen, die wir im Vorfeld gesehen haben. Auch hier wiederum die Alcoa-Aktie hat erst mal in den letzten Tagen doch deutlich nachgeben müssen. Und jetzt kommt natürlich ein besser als erwartetes Ergebnis, altes Spielchen in Amerika. Und deshalb hat die Aktie natürlich auch ein Stückchen nach oben. Aber wir haben da auch maßgeblich zu sehen, dass die amerikanischen Werte dann, wenn Alcoa eine relativ gute, in Anführungszeichen, gute Bilanz oder Stimmung gemacht hat, dann die Bilanzsaison traditionell etwas schlechter verlaufen ist. Und das steht auch zu befürchten, wenn man sich so den ökonomischen Kranz aus dem vergangenen Quartal anschaut und nicht das, was sich jetzt gerade, sag ich mal, in den letzten zwei, drei Wochen aufgebaut hat, an etwas positiveren Daten. Denn das wird dann erst in der Zukunft natürlich auf die Unternehmen durchschlagen. Was für Erwartungen haben Sie jetzt an die Bilanzberichtssaison in den USA, wenn man das nach dem ersten Kandidaten überhaupt schon fragen kann? Naja gut, wir haben jetzt die Woche noch nicht so viel an Daten. Das heißt, wir haben erstmal die Banken, da sieht es noch relativ positiv aus. Was auch im Übrigen, um den positiven Aspekt weiterzuführen, dann mittelfristig der Wirtschaft sehr helfen dürfte. Denn anders als in Europa sind die amerikanischen Banken schon wieder relativ gut aufgestellt. Nicht alle, aber die, die wir diese Woche sehen werden, Läppchen Morgen zum Beispiel in Westfago, da geht es schon, sag ich mal, seit einem knappen Jahr wieder relativ gut. Und die Rahmenbedingungen, die von der Regierung gesetzt worden sind, sind auch nicht so, dass man jetzt sagen sollte, da ist Schlechteres zu erwarten. Das könnte den Markt natürlich hier und da noch ein bisschen stützen. Aber was jetzt die Industriewerte angeht oder gerade den Konsumdienstleistungen in diesem Bereich, das dürfte dann auch selber halten sein. Da dürfte es noch die eine oder andere Schwierigkeit geben. Und in Kombination mit der Unsicherheit über die Zinspolitik der FED dürfte dann im Endeffekt natürlich wieder diese Unsicherheit über die Zinspolitik den Ausschlag geben. Und da müssten die Unternehmen schon in Mehrheit positiv überraschen. Das erwarte ich jetzt überhaupt nicht, dass da eine positive Überraschung in Mehrheit kommt bei den Unternehmen. Was erwarten Sie für den Ölpreis in den nächsten Monaten? Na gut, wir haben auch hier so eine traditionelle zyklische Bewegung beim Ölpreis. Und die ist einfach natürlich von dieser sogenannten Urlaubssaison abhängig in Amerika, die ja jetzt gestartet ist. Das im August sich dann noch verstärkt, aber es ist der traditionelle Urlaubsmonat in den USA. Und aus dem Grund wird natürlich die Nachfrage immer ansteigen. Ob sie natürlich jetzt in dem Ausmaß ansteigt, dass es dafür reicht, den Ölpreis stärker in Bewegung nach oben zu bringen, ist eine andere Frage. Aber dass er tendenziell erstmal nach oben tendiert, ist nicht überraschend. Und momentan sind wir so ein bisschen aus dieser Tradingbox beim Ölpreis zwischen 99 und 105 Dollar auch oben ausgebrochen, mit Vorsicht zu genießen, dieser Begriff. Und das kann durchaus dann in den Bereich um 112 Dollar gehen. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir den Bereich um 115 Dollar jetzt kurzfristig überschreiten werden. Dazu müssten wir dann doch schon klare Signale eines nachhaltigen Aufschwungs in den USA sehen. Und die sehe ich nicht vor Herbst und Winter. Dann schauen wir doch mal in Ihr Depot rein. Wenn Sie uns lassen, wie richten Sie Ihr Depot momentan aus? Also es muss ein größerer Teil natürlich noch in Cash-Positionen da sein, da der Markt halt ziemlich volatil ist. Er auch seine Korrekturphase noch nicht beendet hat, was aber nichts daran ändern wird, dass der Ausbruch, den wir im Mai praktisch gesehen haben, auf 8.500 Punkte dann auch weiter sich fortsetzen wird. Allerdings natürlich in einer breiten Handelsspanne. Das heißt, es wird eine weitere Korrektur beim DAX geben. Dann sind natürlich Gelegenheiten da, wenn da, sag ich mal, bis 7.400 oder 7.200 Punkte fällt, nochmal einzukaufen. Und man sollte sich natürlich dann eben wiederum an die Werte momentan halten, die relativ gut gegen die Marktentwicklung laufen. Das sind natürlich so Werte wie eine Continental. Das ist so ein Wert wie Adidas. Also eher so die kleineren Werte, die zyklischen Werte, haben hier und da noch ein bisschen ihr Problem. Ausnahmen ein bisschen die Automobile. Insofern, die kleineren Werte, die ganz gut schon sich aufgestellt haben, an die sollte man sich jetzt erstmal halten. Denn die werden, sag ich mal, von einer Korrektur, die wir jetzt in den nächsten 3, 4 Wochen oder auch 5 Wochen noch zu erwarten haben, nicht so stark berührt werden, wie die zyklischen Werte, wo es dann eben wieder Einkaufsmöglichkeiten gibt. Beispiel eben Chemie zu machen. Der Chefredakteur des DAX-Poniteurs, Andreas Volk, Dankeschön. Sehr gerne Ihnen, schönen Tag.